Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ein grosses Special für ein ganz kleines Ländchen. Die EWIL feiert 300 Jahre Fürstentum Leichtenstein. Ist das die berühmte, leichtensteinerische Fanfare? Nein, das ist eine leichtensteinerische Fanfare. Ah! Liebes Leichtenstein, liebe Fürsten wünschen ganz viel Spass und Entschuldigung. Der will spezial zum 300. Geburtstag von Leichtenstein. Mit Zwietracht, Gabriel Vetter. Und mit mir, Carpi. Und hier ist er. Seine Durchlaucht. Dominik von und zu. DE WELT! Hallo? Hallo? Oh! Hey, 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 hey! Ah! Yes! Hallo! Sehr gut. Herzlich willkommen! Zuhause in einem Fernsehnessel und ohne Mascott zu Deville. Heute ist ein guter Tag für Schweizer Fernsehen. Aber nicht nur für Schweizer Fernsehen, auch für das Fürstentum. Leichtenstein. 300 Jahre feiert dieses kleine Carpi. Was hast du an? Ah, das ist aus dem H&M. Leichtenstein. Gut. 300 Jahre Leichtenstein. Wenn ihr an Leichtenstein denkt, macht die Augen zu. Denkt ihr dann auch an jahrhundertlange alte Traditionen, verträumte Märchenlandschaften, Prinzen und Prinzessinnen, wunderschöne Schlösser und Kutschen. Und versucht euch zu erinnern, was ist das Letzte, das ihr vom Fürstentum Leichtenstein gehört habt? Das. Ah. Genau, auch florierender Sextourismus im Fürstentum Leichtenstein. Auf Schweizer Sicht. Natürlich macht man eigentlich keinen Witz darüber. Man muss ganz ehrlich sein, weil er immer Tierquälerei ist. Und man kann aber auch sagen, einfach zum Verständnis für den Anklagten, hat vor Gericht gesagt, also ich habe wirklich den Esser gefragt vorher. Und ich habe wirklich sein Verständnis, gell? Ich habe wirklich gesagt, ja, ja, zweimal er gefragt. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie es dem Esser geht, geht es auch wunderbar. Er wurde zum Malbuna verarbeitet, also es ist an einem Besseren auch. Aber nochmal jetzt zu einem Traditionsreichen, zu einem wunderschönen Ländchen. Wir haben hier ein bisschen über Leichtenstein recherchiert, wollten herausfinden, was es hier zu sehen gibt, was man hier so machen kann. Und hier ist unser Überblick von Leichtenstein. Das ist das Fürstentum Lichtenstein. Oh, schon wieder vorbei. Und das ist es auch schon wieder gewesen mit Deville zum Thema Leichtenstein. Jetzt müssen wir vorbei gewesen sein. Nächste Woche Spezialsendung zum Vatikan. Machen Sie es gut! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, natürlich noch nicht fertig. Kommen wir mal zu den Fakten von Leichtenstein. Es gibt viele Sachen, welche vielleicht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Fakt Nummer eins. Leichtenstein ist das vierkleinste Land Europas, gerade nach San Marino, Monaco und Schlumpfhausen. Wer das Fürstentum regiert, das ist auch noch wichtig. Karpi ist das wirklich, bin ich richtig orientiert, ein Fürst regiert. Ja, das hier ist Hans Adam II. Das ist unser Fürst. Er ist Staatsoberhaupt von Leichtenstein. Also das Oberhaupt der Hans-Adams-Family, wie man ihn auch nennt freundschaftlich. Gibt es noch mehr dazu? Genau. Wirklich am Drücker im Moment ist der Erdprinz, Alois. Da haben wir ihn. Man nennt ihn noch seine Durchlaucht. Ah ja. Dann nennt man seine Durchlaucht auch schon von klein, von Baby auf. Von Anfang an. Also wenn der Fürst den Erdprinz abholen ging, dann gab es den Rapport von der Krippenleitung. Eure Durchlaucht hat ein Mittagsschlöffel gemacht. Und jetzt die Hosen voll, aber immer schön Bohnenbrei gegessen. Finde ich schön. Eure Durchlaucht, was gefällt mir? Gibt es noch mehr so Titel? Hat es noch eine Dame? Die Erdprinzessin Sophie, sie ist eines der letzten Mitglieder, der verbleibenden Mitglieder des europäischen Hochadels. Hulala, vom Hochadel? Ist das eine Abstufung? Hochadel, Mitteledel, Niedergart und Durchgelaucht vielleicht? Und der Sonne ist die Servela Promi. Ist er so ein Volk, würde ich sagen. Ich habe mich richtig verstanden. Ihre königliche Hoheit? Ja, ja. Sie ist faktisch über den Rest der Familie. Also noch höher als der Fürst? Vom Titel, ja. Hm. Also wenn die irgendwie mal Stritte haben, dann kann sie sagen, hey, wer ist der hohe Adel? Ja. Wer ist noch mehr durchgelaucht? Also, schön. Kapi, apropos Durchlaucht, gibt es auch noch junges Gemüse? Ja. Der Sohn vom Erdprinz, der Prinz Josef Wenzel, er ist 23 und ist offiziell Thronerb vom Fürstenturm. Oho, ich sehe einen gierigen Blick beim weiblichen Publikum. Ist ja noch zuhaar. Oh ja. Hm. Also, paarungswillige Frauen können mit Lasse und Lippenstift bewaffnet, gerne hier unten auf das Schloss aufbauen. Apropos Schloss, haben wir das Bild vom Schloss? Ah, herrlich, Infaduz. Dann haben wir noch ein Schloss, ein zweites Schloss, oder? Ah, sorry, das ist mein persönlicher Gästebad. Nein, das ist es nicht. Haben wir noch? Es gibt auch noch ein zweites Schloss. Zeig mal. Ah, prachtvoll. Dann die Bank vom Fürst gibt es natürlich auch noch. Die Kutsche vom Fürst gibt es auch noch. Und dann um Fürst sein liebstes Möbel, weil er hat ja wirklich eine riesengroße, teure Kunstsammlung. Und das, das ist spannend, ist das teuerste Möbel auf der Welt. Ja. Läppische 27 Millionen Franken. Hast du das Ding? Ist nicht schlecht für ein Nachttischli. Wirklich nicht? Wirklich nicht? Und schau, wie er glücklich schaut, der Fürst, ja. Weil er war eigentlich mega suhr, weil der Aufbau war so streng. Ich meine, ich verstehe. Weisst du, die 27 Millionen kosten, und dann hat IKEA die dummen Schlüssele vergessen, beizulegen. Jetzt noch weiter, gehen wir mit den Witzen noch etwas flacher. Die Briefmarke ist ein riesen Ding. Im Leuchtensteinischen. Schau dir mal. Das ist die Briefmarke zum 300. Geburtstag. Das ist die Jubiläumsmarke. Limitierte Sonderedition. Sie ist nicht dort bedruckt. Nein, komm, das ist Leuchtenstein. Die ist wirklich gestickt mit einem 24 Karat Echtgoldfaden und mit acht originales Warowski-Kristall versehen. Das ist es. Die Briefmarke hat 6.30 Franken wert, kostet aber 998 Franken. Und das ist nur mit die Post-Briefmarke. Also die A-Post-Briefmarke ist aus Blattgold gestanzt, mit Brillanten verziert und von blaublutigen Ministranten schon vorgeschleckt wurde. Das ist wirklich schön. Ja? Das ist schön. Die reich Stadelsfamilie von Europa ist sowieso das höchste vom Kopf einkommen. Ja. Warum sind sie so reich? Das bleibt ihr Geheimnis. Oder wie sie so sagen, what happens in Faduz stay steuerfrei. Hm? Und obwohl, das ist interessant, obwohl die Leute vom Reichtum geplagt sind, sind sie doch ganz fröhliche Menschen. Ja? Schaut, hier sitzen unsere Liechtensteiner Gäste. Natürlich in der ersten teuren Reihe. Meine Damen und Herren, Applaus für die Liechtensteiner Gäste! Hier sind wir hier. Und liebe Zuschauer, wenn ihr denkt, was tickt hier so laut im Mikrofon von Deville, das sind Rolex von der ersten Reihe. Liechtenstein hat auch eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt. Klar, weil einfach niemand merkt, wenn ihm etwas geklaut wird. Was Liechtenstein nicht hat, ist eine Autobahn. Da benutzen sie einfach die Schweizer Autobahnen, um etwas rumzufahren. Macht auch keinen Sinn in Liechtenstein. Sobald du auf 100 Stundenkilometer bist, bist du schon in Österreich. Ja, das bringt es einfach nicht. Können ihr die Jahrhundertsportler für Liechtenstein? Hm? Nein? Du kennst nicht? Die Büchse ist es. Nein, das ist nicht der Büchse. Schaut mal, ich meine, wer auch immer der Büchse ist. Nein, der Büchse ist es nicht, hätte ich auch gedacht. Nein, es ist, komm, ich meine, was ist der Federer, was ist der Pele? Was ist der Schuhmacher? Liechtenstein hat den Wolfgang Matt. Und der Wolfgang Matt ist Flugzeugpilot. Motelflugzeugpilot. Ja, Motelflugzeugpilot. Aber das ist nicht sein Sportgerät, sondern das ist die Liechtensteiner Airline, die er vorhin... Spannend ist auch, finde ich persönlich, dass Liechtenstein keine Geburtenabteilung im Spital hat. Sie haben es in 2014 anscheinend nicht mehr. Das heisst, Menschen werden wirklich im Liechtensteinischen nicht mehr geboren. Was aber dort geboren wird, sind Firmen. Firmen. Die spriessen wie Pilze aus dem Boden. Es ist ja so, wenn man nachgerechnet auf jeder sechste Liechtensteiner kommt eine Firma. Jeder vierzigste Liechtensteiner ist adelig. Und bald kommt auf jeder fünftausigste Liechtensteiner ein Casino. Das ist ein kleiner Insider. Das ist ein kleiner Insider. Das ist der neue Shit in mir. Das ist der eine, dass das mit dem Schwarzgeld nicht mehr so richtig läuft. Und ja, Geschäft, das können sie. Geschäft machen, das können sie. Auch ihre Landesgründung ist ja eigentlich schon eine geschäftliche Idee gewesen. Das ist mega spannend. Wie ist das passiert? Das war mal ein Stückchen Land. Zwei Grafen waren da drauf. Sie waren völlig verschuldet. Nein, die hatten nichts mehr. Ganz armes Ländchen. Dann hat der Kaiser gesagt, das müssen wir verkaufen. Und dann kam der Fürst, hat es gekauft, hat das Häkli rundherum gemacht und dann gesagt, so, habe ich gekauft, das ist jetzt mein Land. Wir machen eigene Pässe, zahlen keine Steuern und wer zu mir kommt, kann profitieren. Ein sehr gutes Geschäftsmodell. Könnten wir auch in der Schweiz eigentlich umsetzen. Mega einfach, oder? Welchen Kantonen hat es ihr wenig Geld zur Zeit gehabt? Jura. Jura, okay. Man könnte in der Bundeskarte sagen, hey, Kanton Jura, läuft nicht mehr so gut. Verkaufen wir jetzt. Wer kommt die Frage, wer möchte ein Unternehmen, am besten einen Familienbetrieb, Blochers? Blochers könnte es kaufen. Der kauft dann das, so ist es, glaube ich. Der kauft dann das Land, das Jura und macht das sein eigenes Land. Emshausen könnte das heissen. Und dann würde er richtig prachtvoll einfahren, der Blocher. Jeden Morgen prachtvoll. Das ist ja eure Durchtreibenheit, Christoph Blocher, der erste von und zu Herrlibergherzog von Emshausen, Graf Sönnerli. Regiere das Schützenhaus von und zum Albisgütli. Emshausen. Mit dem schönen Slogan auch, Emshausen, bei uns stimmt die Chemie. Ist doch mega praktisch, denn die Thronfolge ist ja auch schon geregelt mit Magdalena Martullo-Blocher. Ah, richtig. Die Prinzessin auf der Emsi. Wer denn das ist? Und einen lustigen Hofnarr hat er ja auch schon. Aber ein eigenes Land für den Blocher. Doch eine sehr gute Idee. Dann könnt ihr endlich die Unternehmungssteuer senken und die Einwanderung beschränken. Das macht Liechtenstein sehr geschickt. Da kann nicht einfach die Wetter winnen. Nein, nein, nein. Es gibt immerhin pro Jahr 72 Aufenthaltsbewilligungen. Die werden verlost. In einem Casino. Wahrscheinlich. Ich weiss es nicht. Mega schwierig in das Land zu kommen. Und wenn du, das habe ich gelesen, wenn du eine Liechtenstein-Freundin hast, und du willst mit ihr einen Liechtenstein zusammenziehen, dann muss die Freundin auf einem Sperrkonto 84'000 Franken einzahlen, so als Sicherheit für dich als Ausländer. Mega krass für einen Liechtenstein. Mega krass, oder? Halben Monatslohn. Krass. Und das 300-Jahr-Jubiläum ist in der Schweiz natürlich nicht am Arsch vorbei gegangen. Äh, äh, am Monarch vorbei gegangen. Nein, äh, da wurde auch gross gefeiert. Nicht nur um Liechtenstein, sondern es gab in Bern letzte Woche einen grossen Staatsempfang. Carpi, du warst dabei! Ja. Und wie war es? Erzähl. 500 Soldaten, 12 Zuschauer und 1 Prinz. Uh! Wir sind gespannt. Ja, Liechtenstein feiern Geburtstag. Und als Geschenk hat mir in Bern schon die UBS eingepackt. Mega lieb. Speziell für den Anlass-A-Reisen tut eine spezielle Delegation aus Liechtenstein. Sie reisen First Class, und dort hinten kommen sie auch schon. Voll fies. Die Schweiz weiss genau, dass Liechtenstein keine Armee hat. Und auch hier blöd rumbrotzen. Okay, please, please. Yes, yes. Ladies first. Ladies first. Yes? Seid ihr Schweizer oder Liechtensteiner? Nein, ich bin Schweizer. Bist du Schweizer oder Liechtensteiner? Ich bin Deutscher. Und wünscht ihr euch nicht manchmal einen Fürst? Nein, natürlich nicht. Wieso nicht? Wir sind Demokratie, wir brauchen keine Fürsten. Unsere gewählte Demokratie und die Kanzlerin ist natürlich die wesentlich bessere Wahl, aber eine repräsentative Monarchie ist durchaus heiternd und erstrebenswert. Was für eine langweilige Antwort. Es gibt keine Person, die ihr euch als alleinige Machthaber vorstellen könnt. Von der Schweiz gar nicht. Aber der Fürst wurde ja nicht gewählt per se. Per se nicht. Aber trotzdem. Das ist Tradition im Fürstentum. Überlass ein. Zeitgleich mit dem Fürst ist auch der Regen in Bern eintroffen. Naja. First World Problems. Die Schweiz lässt sich nicht lumpen. Zum Feier des Tages haben sie sogar die motivierteste Guckenmusik vom Land aufbauten. Und da ist er. Seine durchlauchten Erdprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, Herzog von Tropau und Jegendorf, Grauf zu Rietberg, Thronfolger des Hauses, von und zu Liechtenstein und Ueli Maurer. Der Fürst kommt und ganz Bern ist aus dem Häuschen. Hier sehen wir seine Hoheit, den Erdprinz und seine Kleinheit Ueli Maurer. Hinter mir im Rathaus gibt es gerade Ehrenwein mit dem Fürst. Für uns noch mausstäbliche hier draussen gibt es einfach Regen. Wir schalten zurück ins Studio. Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir hier jemanden einladen können. Wirklich aus dem kleinen Ländchen. Leider konnten wir den bekanntesten und erfolgreichsten Comedian von Liechtenstein nicht einladen. Das wäre Adalbert der Lustige. Er ist schon 200 Jahre tot. Er gibt auch den Pitschweber der späteren Renaissance, kann man so sagen. Nicht etwas viel Besseres ausschauen, meine Damen und Herren. Gaberit Zwitra! Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer. Aus Anlass vom 300-Jahr-Jubiläum vom Fürstetum Liechtenstein möchten wir Ihnen ein grosses Dankeschön aussprechen für die gute Nachbarschaft zwischen unseren beiden Ländern. Als Präsidentin des Trachtenvereins Liechtenstein darf ich Ihnen als Zeichen für unsere Verbundenheit mit der Schweiz unsere ich geheiratete Thurgauer vorstellen. Wo wir? In unserem Trachtenverein? Also komm, da interessiert doch das Zürcher Hipsterpublikum den Dreck, wenn du dich den Steiner so verzapfest. Hallo, geht es mir eigentlich noch? Jetzt bemühe ich mich seit Jahren, die bei uns im Trachtenverein zu integrieren. Und als Dank dafür sabotierst du überhebliche Thurgauer Maschpresse unserer Fernsehauftritt. Also überheblich sind denn ihr? Noch weil er 300 Jahre überlebt haben, meint er jetzt, die Schweizer Bundesräte müssten das Tagesgeschäft auf die Seite legen und auf dem Bundesplatz mit Teugüpplis auf und Hüpplis fressen. Es kommen noch mal alle, hat man mir beim Briefing gesehen. Klar kommen alle, wir Schweizer sind einfach viel zu anständig. Und unsere guten Umgangsformen verbieten uns, dass wir auch einen Nachbarn, noch weil er ein Zwerg ist, weniger Aufmerksamkeit bieten, als z.B. Deutschland. Also mit dem Zwerg kannst du im Fall gerade wieder zurücknehmen. Und ausser Sicht von Deutschland ist die Schweiz auch nichts anderes, als ein grosser, wahnsinniger Gartenzwerg im Vorgärtchen der EU. Also wenn die Schweiz ein Gartenzwerg sein soll, dann ist ja das Fürstentümli am Gartenzwerg ein Zwergpincher. Der Zwergpincher ist dann im Fall ein souveränes Land, das von den Vereinten Nationen angekann ... Ihr habt eine eigene Währung? Jetzt weißt du ganz genau, dass wir den Schweizer Franken haben, weil wir ... Eben. Und an der Grenze von Liechtenstein zu Österreich stehen die Schweizer Zöllner. Und eine eigene Eisenbahn habt ihr auch nicht. Nein. Aber wir haben nicht die SBB, sondern die ÖBB im Fall. Eine eigene Armee? Das brauchen wir nicht, weil wir haben ja die freiwillige Feuerwehr. Also doch kein richtiges Land, he? Sag mal, jetzt habe ich gemeint, du willst dich bei uns Einbürger anlassen. Sicher nicht. Ich müsse ja meinen schönen roten Schweizer Pass tauschen gegen eues Blaubüchli. Auf der Liste der weltweit begehrtesten Pässe ist die Schweiz im Fall noch auf Platz zu ziehen. Ja, und Liechtenstein ist nicht einmal aufgeführt auf seiner Liste. Und weisst du warum, he? Weil kein einziger Zöllner auf dieser Welt weiss, wo das Liechtenstein Lilliput überhaupt liegt. Und darum habt ihr auch auf der Innenseite euren blauen Passten Europakarten her, dass das Fürstentümchen hundertmal grösser darstellt, als es eigentlich ist. So nen Zoom in, wie die Lupe bei Asterix- und Obelixbüchern. Oh, es gibt noch ein Dorf in Gallien. Hast du eigentlich das Geschenk für den Dövil dabei? Ja, sicher. Nein, das Fressblättchen ist eines der offiziellen Geschenke für die Bundesrepublik. Schuh. Bauer Allah steht da. Eben für den Bundesrat Berset. Ist der Bauer? Komm, wir müssen vorwärts machen. Hallo, was machst du jetzt mit Berset seinem Geschenke? Ja. Aus eins macht zwei. Schau, der Will. Das ist dein Geschenk. Der Blättchen hat die Umreiz von Liechtenstein im Verhältnis eins zu zehn. Ein ganzes Land als Geschenk. Danke. Geht mit Zwietracht. Das war die traditionelle Tracht von Liechtenstein. Ich dachte immer, die traditionelle Tracht sei ein Anzug, von Gravatt und ein Aktenköferchen von Liechtenstein. Aber gut, kommen wir zu einem weiteren interessanten Gast auch aus Liechtenstein. Es ist Maximilian Cornelius Maria Frick. Herzlich willkommen. Herr Frick, Sie sind Chief Executive Scout von der Pfade Liechtenstein. Interessant ist, Sie heissen gar nicht Maximilian Frick, sondern Ihr Pfade-Name ist Eidgenossen. Wie kommt es dazu? Meine Familie war damals für Liechtensteiner Verhältnisse relativ arm. Ich hatte z.B. auch keine Marken-Krawatte von der Pfade. Keine von Gucci, meine nur von Larkos. Darum ... Ich hatte einen schwierigen Stand. Die anderen Pfade haben sich ein bisschen lustig gemacht. Sie sagten, du hast so viel Geld wie all diese ... ... wie die Gastarbeiter, die zu uns kommen, aus der Schweiz. Und darum ... Sie sagten, Eidgenossen. Ist das wirklich so? Hat es in Liechtenstein wirklich so viele Grenzgänge aus der Schweiz? Ja, furchtbar viele. Furchtbar viele Billiglohnkräfte. Die Schweizer sind quasi unsere Mexikaner. Eidgenossen, darf Eidgenossen sagen. Ich sehe ... Du hast hier sehr viele Abzeichen. Für was stehen die? Richtig. Also z.B. die drei Sternchen sind ... Da habe ich dreimal hintereinander in Liechtensteinischen Ländchen eine Meisterschaft gewonnen im Schnellbinden der Krawatten. Der hier ist für das Bestehen von der Töffli-Prüfung. Dann ... Da habe ich zum ersten Mal ein Sola im Ausland geleitet. Also in St. Gallen. Und dieser hier ist, für das ich ganz viele Pfadi-Liedlich auswendig, z.B. das alte Haus von Rokitoki. Soll ich mal? Nein, nein, ist schon gut. Das alte Haus von Rokitoki. Nein. Darf ich ganz schnell eine Frage? Darf ich ganz schnell ein anderes Abzeichen mit dem Darth Vader von Star Wars? Warum denn? Nein, das ist das offizielle Porträt vom Fürst. Ah. Gut. Pfadi, Liechtenstein ist ja relativ gross. Richtig. Wieso ist sie denn wichtig für das Fürstentum? Also ich würde fast sagen, dass Pfadi da ist, was Liechtenstein noch zusammenhält. Irgendwie. Also wir sind auch international, sind wir als Pfadi Liechtenstein sehr sehr angesehen. Wir sind eine Art internationale Kaderschmiede. Also junge Pfader aus der ganzen Welt kommen zu uns und bilden sich weiter. Also wir gelten quasi als ein Syrien von der internationalen Pfadi-Bewegung. Ist natürlich auch so, da wird nicht wirklich wahrgenommen, auch vom Fürstentum nicht. von der Fürstentum nicht wirklich wahrgenommen. Unsere Wichtigkeit muss man auch sagen. Dabei sind wir, würde ich natürlich sagen, die einzige Armee der Welt, die wirklich allzeit bereit ist. Oder wie wir sagen, die Liechtenstein, allzeitli bereitli. Also Moment einmal. Sie sind ja Pfadi, nicht Armee. Pfadi. Nein. Nein. Wir sind die Armee. Wir sind die Liechtensteinische Armee. Wir sind quasi die Liechtensteinische Volksfunde. Oder die Volksfunde von Liechtenstein. Ganz klar. G.I.I.I.G.I.I.I.G.I.I.I.I.I.O. Ich baue Ihnen in einer 10 Minuten aus einem Stück Schnur, einem Malbunnerspeck und einer Hilti-Schlagbohrmaschine eine funktionstüchtige Atombombe, die regendicht ist. Herr Fädik, was haben Sie denn mit Ihrer Pfadi-Armee für Ziel? Wir haben nur eines Ziel. Fürst. Fürst Hans-Adam, Herr Deweil. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass ich heute Abend zu Ihnen bei Zürich zu kommen darf. Weil meine Chancen heute nutzen darf, Folgendes zu verkünden heute Abend. Wir, Fadi Liechtenstein, erklären jetzt, live, heute, am Sonntagabend, im Exil in Zürich in der Schweiz, den offiziellen Militärputsch von Liechtenstein! Es ist vorbei! Bitte, bitte! Konzentration! Bitte, hallo, hallo! Sie wollen doch jetzt endlich live den Militärputsch verkünden. Hans Kagan, es ist soweit! Das ist das Militärputschli! Wir fordern die Fürstenfamilien auf, sich ins Ausland zu begeben. Wir stehen jetzt in dem Moment mit 86 Mann! Also... Wäufli! 86 Wäufli, 15, 3 Lagerfeuer, 18 kg Schlangenbrot, 9 Gitarren und eine alte Ausgabe vom Rondopfadli-Liederbuch vor einem fürstlichen Schlössli und fordern die unterdrückerischen Kräfte auf, unser Ländchen zu verlassen. Wir sind nicht allein! Eine Koalition von Jungschar, Zefi, Blauring und Jungwacht hat sich der neuen, unabhängigen Republik Liechtenstein bereits angeschlossen. Die Infrastruktur und alle strategisch wichtigen Punkte sind schon eingenommen. Die Lande im Volk! Die Scharen sind bereit, zu mit äußeren Kontrollen. Die revolutionäre Pfadigarde kontrolliert überdies auch die Zubarugarage in Malbun. So weisst Jaheim Vaduz. Der Fürst hat ab jetzt 10 Minuten, äh, 10 Stunden, äh, 10 Stunden, er hat ab jetzt 10 Stunden Zeit, ein Land zu verlassen. Falls er sich bis morgen, morgen am 8 Uhr noch nicht aus der Republik Liechtenstein entfernt hat, sehen wir uns verpflichtet sofort im Schloss flöcklen und am Fürst, während er schläft, den Finger in kalt, das Wasser hinzuhebe, bis er ins Bett zeigt. Widerstand ist zwecklos! Herzweck, bitte. Hey ho, schmeisst den Fürsten raus! Hey ho, schmeisst den Fürsten raus! Hey ho, schmeisst den Fürsten raus! Der Maximilian Frick, vor den Pfadigliechtenstein! Leuchtenstein. So, jetzt ist der Hettiglosti. In welcher Beziehung stehen Leuchtenstein und in der Schweiz? Ist das eine Schicksalsgemeinschaft, wie es Ueli Maurer jüngst verkündet hat? Nein, es ist viel inzestuöser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn wir deutschsprachige Länder als Familie gelten, dann ist Deutschland ganz klar das Mami. Wir in der Schweiz, wir sind die rebellisch, das etwas verzogene Tochter und das Fürstertum Leuchtenstein, das ist unsere kleine, besserwisserische Brüder. So, und was ist mit Österreich? Österreich ist der senile alte Onkel, der mir im Keller eingespielt hat. Aber um den geht es jetzt nicht. Um den geht es jetzt nicht. Leuchtenstein, unser kleine, verzogene Brüder, geht uns grausamer auf den Sack und zwar, weil er immer alles besser macht, er ist immer etwas schneller, er schaut uns alles ab. Wir haben uns jetzt über 100 Jahre vornehmen zurückgehalten und heimlich Fakten gesammelt, um jetzt einmal zu zeigen, dass wir die Guten sind. Man lacht über uns, wenn wir das Frauenstimmrecht erst 1971 eingeführt haben. Ha, 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 ha! Unser kleinen Bruder hat es erst 1984 eingeführt. Und das als letztes Land in Europa. Und wie ist es mit der Frauenquote heute? Dazu der ehemalige Regierungsstellvertreter von Leuchtenstein. Ich persönlich habe in meinem eigenen Umfeld in der Regierung eine sehr gute Frauenquote. Mit zehn Mitarbeitern, inklusive mir, sind acht Frauen und zwei Männer. Also meine persönlichen Mitarbeiter und ich sind Männer und alles andere, Generalsekretärin und das ganze Team, sind alles Frauen. Und ich fahre sehr gut und bin stolz auf mein Frauentipp. Ha, toll, oder? Ich und mein Stellvertreter sind Männer und alles ab der Chefsekretärin abwärts sind alles Frauen. So sieht es aus. Ist es wie bei dir in der Sendung? Ja, jetzt klingt nicht vom Thema ab. Wisst ihr, was wirklich schockierend ist bei unserem kleinen Bruder? Er ist richtig, richtig böse. Jetzt schau doch mal die Schlagzeile von 1977 aus dem Volksblatt, wirklich original. Aber da steht doch einfach, wir sind stolz auf unsere neue Kläranlage. Ja, ja, aber schau mal den kleinen Spalten nebenan, was dort steht. Unsere kleinen Brüder haben die Todesstrafe 1977 verhängt. Wir haben zwar 1782 die letzte Hexe geköpft, aber die hat es verdient. Aber! Unsere kleinen Brüder haben die Todesstrafe 1977 verhängt. Wir sind die guten und nicht unsere kleinen Brüder. Gut, gut, aber diese Todesstrafe wurde nie ausgeführt. Der Fürst hat ihn begnadigt. Ja, ja, also wie wollt ihr auch den in Leichtenstein hinrichten? Leichtensteinigung! Oder, äh... Oder, oder... Nein, nein, langsam und qualvoll und veradeln. Ja, das ist natürlich... Du musst jetzt keine Witze darüber machen. Der Henker war im Fall mega traurig. Ja, ja. Euren Henker war doch auch nur eine Briefkastenfirma. Und das ist gut so. Denn Henker braucht sowieso keinen Menschen mehr. So, Herr Barmädler. Ihr wollt euch also umschulen lassen lassen. Meine erste Frage. Schafft ihr lieber mit den Händen oder mit dem Kopf? Ich arbeite sehr gerne mit den Händen, aber meine Köpfe kenne ich mich natürlich sehr gut aus. Tiptop. Als was habt ihr denn besitzt gearbeitet? Henker? Also eingenössisch diplomierter Scharfrichter, wie es genau heisst. Ja, das ist ein schöner Beruf. Wer arbeitet, ehrlich. Wieso wollt ihr aufhören? Liegt's am Lohn? Der Lohn ist okay. Weiterbildungsmöglichkeiten sind auch beschränkt und die Aufträge sind rapid zurückgegangen. Bei all dem politischen Umbruch ist es nur eine Frage von der Zeit, bis es wieder Leute wie euch braucht. Eure Profession, Herr Barmädler, hat Zukunft? Ja, das mag ja stimmen. Aber schauen Sie, der Kontakt mit den Kunden ist einfach immer sehr kurz. Ein schnelles Grüezi, dann ein Adieu und ... Zack! Das war es nämlich auch schon wieder. Ich hätte auch gerne mit Leuten zu tun, die nicht immer nur schreien und berühlen. Dass sie auch mal etwas Freude haben an dem, was ich mache. Wem sagen Sie das? Aber schauen wir vorwärts. Für Männer von Ihrem Format wird es immer Arbeit geben. Z.B. hier. Wie wäre es als Headhunter für einen grossen Chemiekonzern? Das würde mich das soziale Gewisse nie zulassen. Ich bin Henker, aber ganz sicher kein Sauhund. Apropos Sauhund. Wie wäre es als Akkordschlachter im Schlachthof? Ich bin Vegetarier. Hm. Coiffeur? Da habe ich, glaube ich, Schiss, dass ich mal zu viel runterhauen will. Ja gut, ich hätte hier sonst noch eine Post im Verwaltungsrat der Raiffeisen. Wie gesagt, von heulenden und schreienden Leuten, die hier am Kopf und Kragen fürchten, habe ich schnell zu voll. Aber ähm ... Was mich interessieren würde, wäre irgendetwas im Bereich Politik. Dort gibt es schon genügend Halsabschneider. Aber es muss doch irgendetwas geben. Ich bin zuverlässig. Ich kann blutrünstige Geschichten erzählen. Und ich habe nur Stahl. Kindergärtner? Wie gesagt. Gute Idee. Das hätte er selber bekommen können. Dankemal. Sehr gerne. Dann gehe ich mich bewerben. Glückwunsch. Oh, Herr Barmettler. Eueres Arbeitsgerät? Können Sie es behalten. Als Kindergärten brauche ich doch das nicht mehr. Ja, und zum Basteln mit den Kindern? Oder für das Elterngespräch? Nein, echt. Schaut ihn da rum, der Hänkel geht da rum. Schaut ihn, sonst ist das Küppchen fort. Ich finde so ein Fürst etwas Schönes. Mir gefällt der Glamour, der Prunk, das Krönchen. Hören wir auf mit dem Fürst. Da lästert man über unsere direkte Demokratie in der Schweiz ab, in dem anscheinend jeder Bauer zu irgendwelchen Themen mitbestimmen kann. Aber bei unserem kleinen Bruder bestimmen wir nicht nur Bauer mit, sondern, was noch viel schlimmer ist, am Schluss der Fürst. Gut, der ist vor allem dekorativ. Nein, Lichterstein ist ein ganz spezielles Regierungssystem aus, die konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Eine Fürstklasse-Demokratie, soll ich sagen. Kein anderer Monarch in Europa verfügt aber so viel Macht wie der Fürst. Im Lichterstein kann Regierung und Landtag entlassen, Notrechte regieren, Richter bestätigen, Gesetze vom Landtag aufheben oder eben auch sein Veto einlegen, wenn ihm ein Entscheid vom Volk nicht passt. Er hat also mehr Macht und Einfluss als alle Bundesräte zusammen, Roger Schawinski und Greta Thunberg zusammen. Also einfach, wenn ihm ein Volksentscheid nicht passt, kann er sein Veto einlegen? Ja, kann er machen. Er hat er gerade letztens gemacht. 2012 gab es eine Volksabstimmung zur Liberalisierung der Abtreibung, weil Lichterstein eines der schärfsten Abtreibungsgesetze in Europa und der Erdprinz hat im Vorfeld sein Veto gegeben, dass er das nicht befürworten würde. Und das Resultat war, dass die Stimmbeteiligung sehr tief war und die Vorlage wurde abgeschmettert. Gut, dann war das also mehr eine Meinungsumfrage. Ja, sagen wir doch, wie es ist. Der Erdprinz hat die Abstimmung über die Abtreibung im Vorfeld hart abgetrieben. Kann man so sagen, würde man sagen. Und der Huf angesprochen, ja, genau auf das Thema angesprochen. Hätte er in einem Interview Folgendes gesagt? Es wäre in dem Fall, also wenn ich, äh, das würde ich sagen, hätte ich auch weiterhin diesen Weg beschritten. Also wenn das Volk Ja gesagt hätte, was es nicht hat zu dieser Vorlage, hätte ich dann Nein gesagt und dann wäre es nicht in Kraft getreten. Ja, der Erdprinz. Die Wahlen in Liechtenstein sind also so ein bisschen wie ihre Casinos. Man hat immer die Illusion, etwas zu gewinnen, aber schlussendlich entscheidet das Haus, wer gewinnt. So, und jetzt, äh, liebe Schweizer und Schweizerinnen, wenn ihr das Gefühl habt, oh nein, Liechtenstein wäre ich so gerne in die langen Sommerferien, aber ich kann es einfach nicht leisten, nehmen Sie sie, weil es gibt ja noch genügend andere Länder, in denen wir Schweizer in uns im Ausland können so fühlen wie die Liechtensteiner in der Schweiz. Schau mal an. Geld allein macht nicht glücklich. Außer man hat es in der Schweiz. Blut nur, wenn man auch hier leben muss. Denn die Schweiz ist ein teures Pflaster und der hart verdiente Franken ist schnell wieder weg. Was also tun? Gibt es vielleicht etwas noch besseres, als Schweizer zu sein? Richtig, Auslandschweizer sein. Jeder zehnte Schweizer lebt im Ausland. Wieso nicht auch Sie? Hören Sie auf, nur vom Auswandern zu träumen. Tun Sie es. Schauen Sie entspannt zu, wie Sie immer brauner werden. Und Ihr Schweizer Deutsch immer schlechter. Sie sind in der Orte, hier entsteht nicht einmal Wasser. Für zwei KW weniger. Genießen Sie alle Vorteile des Schweizer Passes ohne die lästige Anwesenheitspflicht. Schluss mit Friburger, Aagauer oder Thurgauer Witzen. Im Ausland ist selbst ein Zürcher gern gesehen. Sind Ihnen Schweizer Frauen zu anspruchsvoll? Zu kratzbürstig? Dann ab nach Thailand. Dort findet selbst die SVP Gefallen an der Personenfreizügigkeit. Reicht Ihre Altersvorsorge in der Schweiz gerade mal für Fleischvogel im Mikrorestaurant? In Pattaya können Sie sich davon eine hübsche Zweitfamilie leisten. Ein M besser, nötwa? Erweitern Sie Ihren Horizont. Oder zumindest Ihren ökologischen Fußabdruck. In Costa Rica können Sie endlich die Schweizer Fahne hissen, ohne gleich als Fascho abgestempelt zu werden. An nationalen Wahlen können Sie auch von Papua-Neuguinea aus teilnehmen. Und Ihnen bleiben erst noch all die Plakatsfrabsen erspart. Machen Sie es wie Ignatio. Und erleben Sie die Idylle Afrikas. Die Gewerkschaften, die Linken, die Menschenrechte, die roten Linien. Alles weit weg und der Franken rollt. Essen Sie Fondue am Strand, jodeln Sie im Regenwald. Spielen Sie Ciao Sepp mit den Wilden. Züchten Sie Rinder in den Anden und erquicken Sie sich am Glück armer Menschen. Die haben nichts und sind trotzdem immer am Lachen. So gut. Im Ausland erwartet Sie die perfekte Welt, ganz ohne Göller und Riveller. Höchste Zeit also. Werden Sie Weltenbumser, werden Sie Kosmopolit und tragen Sie das gute Image der Schweiz in die Welt hinaus. Machen Sie uns alle Ehre, aber denken Sie daran. Tragen Sie den Schweizer Pass stets gut sichtbar auf sich. Nicht, dass man Sie am Ende noch für einen Deutschen hält. So, und das war es auch wieder gesehen. Danke für das Einschalten. An dieser Sendung Beteiligung sind Carpi. Der Gabriel Vetter. Und die Gabriel Zwietracht. Hätten Sie gut. Schöne Nacht und ein fürstliches Wochenende. Du hast uns alle Ehre, Vielen Dank.